Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Landwirtschafts-Simulato 2017. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Abladestation. Erstmal wird es in einer Bahnstation. Wauw, das ist gut. So, ich glaube wir sind angekommen. Ich glaube, ich bin gerade in einer Abladestation selbst vorbeigefallen, wenn ich mir alles täuscht. Und die Brücke ist zwar besunken. Geh einfach mal wenden. Ja okay, das sieht doch richtig aus. Okay, wie funktioniert das jetzt hier? Ich glaube, ich muss wieder wenden. Ich komme einfach mit diesen Hängern nicht mehr. Nein. Kamer, Products. Ja, es ist gut von der Linie. Ja, daran視 Vikings ist es gut zu bew descon rehabilitation. Das war dämlich. Was ist das so klein? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Okay. 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 Ich glaube ja nicht. Okay. Kann ich mal anfangen? Ja, jetzt. Ich hoffe, dass wir uns in Bremsen sind. Oh, ich gehe jetzt mal von der Annahme, glaube ich, richtig aus, dass ich das alles hier gerade verschwendet habe. Ja. Hm. Doof. Hm. Hm. Das ist jetzt unklug. Ich hätte das nicht wirklich alles erplanen sollen. Okay. Aus dem Fehler lernt man. Schweinebestand. Was sind denn die Schweine? Hier ist ein Kühe. Schafe. Schweine. Oh, das ist so gut. Ich habe mich da einfach hinporten. Keine Schweine. Ich kaufe mal Schweine. Wo kaufe ich Schweine. Sonderangebote? Okay, eine Fahrzeuge. Wie kauft man Schweine. Heizkraftwerk. Ich habe mir eigentlich schon was zu tun. Okay. Okay. Marken. Kategorien. Marken. Ah, Tiermenü. Ja. Ah. Okay. Kaufen. 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 15.000 Euro kaufen wir jetzt. Fünf. Schweine. Ignoriert mal kurz das Telefon. Hey, wir haben Schweine. Okay. Es ist da ein Schweine. 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 Das ist hier halb im... Gut, dass die Kollision so gut ist. Okay. Ja, ich kann mir so gucken drauf. Was brauche ich Schweine? Entsteht vermutlich dann der Mist von den Tieren. Gülle. Geil. Aber die brauchen ja auch irgendwas zu fressen vermutlich. Was brauchen die denn? Was? Okay. Mh. Ey, ich versuche bis zur nächsten Folge raus. zu finden, was denn die Schweine dieses Mal brauchen. Beziehungsweise was die Schweine überhaupt brauchen. Ich weiß nur noch das letzte Mal bei den Grünwaren ins Gras. Und etwas Weizen. Hm. Gut. Das sollten wir auf jeden Fall in Erfahrung bringen. Was denn die Schweine zum Essen brauchen. Dies machen wir bis zur nächsten Folge. Somit. Lass ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.